Hallo Leute, mein Name ist SOZIAL ENDSOCK Und Willkommen Äh, ja Game Hab ich so lange gewartet? Ne, Game ist noch da Und damit Willkommen zu Dem offiziellen Spiel der Olympiade 2020 in Tokio Von SEGA Das merkt man sofort Denn es sind schön gemachte Disziplinen Mit Ausnahme von denen, dessen Steuerung so schlecht ist Dass man sie gleich in den Müll einmal schmeißen will Wir haben noch ein paar Disziplinen am Start Und dabei sogar noch eine ganz neue Die bisher noch nie im Spiel war Die Sportklettern Oder die war in 2020 Sonic dabei Ich kann mich noch nicht dran erinnern Auf jeden Fall erstmal BMX Ein Klassiker So, ich musste jetzt nochmal checken Ob alles lief Und Ja Heute ist der letzte Part Von diesem kleinen Let's Play Denn das ist immerhin nur eine Test Version Die ich hier spiele Mal gucken, ob die letzten Minispiele auch sehr gut überzeugen können Oder genauso eine schreckliche Steuerung Wie die für Minispiele hatten Oder als Tischtennis Wie kann man Tischtennis verbocken? Man muss doch nur Steuerung und Maustaste Tja Das ist dasselbe Wie bei Mario & Sonic Mit den Steuerkorts Und A-Knopf Mehr hätte man nicht machen müssen Bei diesem Spiel Äh, ja Lädst du auch mal? Hallo Das Spiel war wohl ein bisschen zu lange auf Lein offen Drücke, wenn es los geht Drücke schnell, um dich zu beschleunigen Drücke E, um zu springen Achso Lenkt automatisch Dann wollen wir mal loslegen Diesmal kann man nicht unterscheiden, wer ich bin Das passt zu mir Ich habe ja noch die offiziell vorgegeben Den Kleidungen drin Radfahren habe ich schon lange nicht mehr gemacht Aber hatte ich mal Achtet aufs Tor Los Oin Beschleunigung Um die Cover Yes Oh yes Wenn das nur im Relive so leicht wäre Denn dieser Sport ist sehr gefährlich Für alle, die sich Wundern, wie gefährlich er ist Sehr Da kann auch mal was passieren Ähnlich wie bei der Form 1 Oh, ich lande auf einen Dafür konnte ich jetzt aber nichts Beilung, Beilung, Beilung Dritter Ich lande mir auf, wie die einfach hier in T-Pose stehen Dritter ist ein gutes Ergebnis Meiner Meinung nach Ich bin zufrieden Dann kommen wir jetzt zum Boxen Auch wieder so eine Wii Sports Erinnerung Wer hat damals nicht Wii Sports gespielt Wenn er eine Wii hatte Diese Spiel war klasse Aber mal gucken, wie Sie haben wieder die zwei Steuerkreuze eingefügt Die funktionieren doch nicht U-Entdeckung-Gegend Wisst ihr, wie weit das U entfernt ist von den Tasten Das ist genau in der Mitte F Schneller haken Die Haricke Was? Wäre es so schwer gewesen, es mit den Maustasten zu machen? Eindeutig ja Das darf doch nicht wahr sein Ich werde sowas von verlieren Ich glaube In den originalen olympischen Spielen Wäre das nicht mal möglich Das Nämlich Frauen und Männer Wären anders gewertet Ich glaube Boxen geht da auch nicht Runde 1 Ach, statt zu steuern Schlage ich nur Okay Wenn das so ist Bleibt mir nichts anderes rupig Als irgendwelche Tasten zu spammen Und zu hoffen Dass es gilt Die Tastenbelegen sind sowas von Müll hier Oh Ein CPU Gebt nie so schnell auf Nimm das Ich kann auch nicht richtig abwehren Doch mit U Ist das kompliziert Hätte man das nicht einfacher machen können Oh, am Bogen Der arme Kerl wird gerade tatsächlich von der Frau verprügelt Naja Spiellogik Aber vielleicht ist er auch nicht Sehr stark Na gut, es ist der erste Boss da Er ist wieder am Boden Wenn es so weiter geht Hat er gleich einen Knockout Für ihn bin ich wohl Matt aus Ruiz vor Ort Gerade noch so Ja, dann hauen wir richtig zu So, die Runde ist auch beendet Ich habe ihn zweimal K.O. hauen können Jetzt hat er alle wieder Leben zurück Bohohohohohoho Autsch Foxy persönlich würde ich niemals machen. Der ist voll ausgewischen. So langsam habe ich die Steuerung drin, aber sie ist auch nicht gerade praktisch. Muss man dazu sagen. Man hätte viel einfacher Steuerung einstellen können. Ne, das! Der Arme wird vollkommen auseinandergenommen. Und ich bin noch kein einziges Mal K.O. gegangen bisher. Boah, ein Superschlag. Nimm das! Scheidern wieder. Richter. Ja, eindeutig für mich. Wenigens wurde er nicht komplett zerstört. Erster Sieg beim Boxen. Errungenschaft erhalten. Alles klar. Damit haben wir auch das Boxen in dem Spiel ausgetestet. Dann geht's jetzt ins Sportklettern. Ich war sogar mal in so einer Kletterhalle. Tatsächlich, muss ich dazu sagen. Ich hoffe, die Camp funktioniert jetzt richtig. Und, ja, klettern so persönlich ist eher nix für mich. Schon gar nicht ohne Klettern und Zeit. In dieser Halle waren nämlich einige Steine locker. Wäre da keine Matratze gewesen. Uiuiui. Wäre das schon eine schmerzhafte Landung gewesen. Ach, ne, schon wieder die Steuerung. LR. Warum ist Klettern jetzt eigentlich eine olympische Disziplin? Frag ich an dieser Stelle. Und seit wann? Das gibt's anscheinend erst in diesem Jahr. Der Gegner ist Yang. Spinne? Oh nein. Das ist kein guter Spitzname für einen Kletterer. Also zumindest für seinen Gegner. Und der bin ich. Auf die Plätze. Na, wenigstens der Weg gesichert. Bereit. Los. Ach so, ich muss die richtigen drücken. Ich brauche. Es leckt. Ziel. Niederlage. Er jubelt trotzdem. Es liegt daran, dass ich mich mal verdrückt habe. Aber na gut. Ich trat auch gegen den Gegner an, der Wort wirklich den Spitznamen Spinner hatte. Der wusste, was er tut. Der wusste, was er tut. Nichts persönlich für mich. Ich hoffe nur nicht, dass hier eine schlechte Steuerung ist. Wie in vielen anderen Minispielen. Bewege dich, wenn du ein Besizeit bist. Maus-Taste. Sehr gut. Maus-Taste. Sehr gut. Eine vernünftige Maus-Tasten-Steuerung. Und E ist gut platziert. Was ist das denn für eine Flagge Olympia? Glaube ich. Wir haben keinen richtigen Schutz drauf. Chinesisch, habe ich gerade gehört. Mitten ins Gegner-Team. In Wack-B ist ja brutal alles. Woi. Was zum Teufel ist hier los? Ich muss sie in Gold bringen. Oh, aus. Gasse. Wohin schieße ich ihn? Direkt in meine Hände. Gegen vier hast du keine Chance. Flickst. Ui. Boah. Voll die Grätschenparade beim Fußball. Hab ihn. Übernimm. Wohin schießt du? So kriegt keiner einen Punkt. Halbzeit. Was ist denn hier schon wieder los? Die ganze Zeit nur aufeinander los. Der Sport ist rein gar nichts für mich. Rüber. Passen. Übernimm. 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 Ich bin dem. Ja. Nein. Hab ihn. Gasse. Ich muss ihn dringend von mir wegbringen. Nein. Mit 5 Punkten. Wie konnte man treten? Erhöhungskick. Davon weiß ich ja gar nichts. Aber es ist schief gegangen zum Glück. Warum haben die jetzt Ausschlag, obwohl die ein Tor gemacht haben? Äh. Goal, was auch immer es heißt hier. Nicht schon wieder. Warum können die kicken? Habe ich mir gerade echt ein Eigentor gemacht. Gedränge? Was ist das denn? Was war das denn? Ich habe gedrückt bis zu geht nicht mehr. Aber es hat einfach nicht reagiert. Und ich schmeiße ihn jetzt aus. Das Spiel ist doch wieder mal mild. Ich hatte eben gedrückt bis zum geht nicht mehr. Aber das Spiel sagte sich, nee. Disziplin auswählen. Disziplin auswählen. Kein Kommentar dazu. Machen wir die in 100 Meter Stapel auf. Mit den Stäbchen. Einen Klassiker. Ein Klassiker. Danach ist noch eine übrig. Für jede Disziplin habe ich irgendwie ein anderes Outfit. Der Start wieder mit der Maustaste. Schnell rennen. Mit W übergeben. Aha. Gesamtschändigkeit wird gerechnet. Okay. Bei Position kann der Läufer bis zu 100% erreichen. Interesting. Hoffen wir mal das Beste. Start als Nummer 4. Und zurückkehrt. Das könnte gefährlich werden. Kann ich wieder aufladen? Nee. Beschleunigen! Drückt, 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 drückt. Ich komme gleich zu meinem Partner. Das ist der eine. Cool. Zu früh. Ich habe schon wieder zu früh übergeben. Das ist einer für die Fußballmannschaft. Etwas zu spät. Aber wenigstens etwas. Und ich bin nur Sechster. Das wiederhole ich. Das wiederhole ich. Was ist das? Ich drücke wie ein Wilder auf die Maus. Aha. Toll, ich bin Letzter. Ich will eine Wiederholung bei dieser Disziplin. Falls ihr euch fragt, warum ich die Olympischen Spiele erst an den drei Tagen, an denen ich keine Leistung mache, ausstrahle. Erstens, weil sie lang sind. Und zweitens, sie passen gründlich schon ein bisschen zusammen. Weshalb ich ausfalle. Aber ihr werdet es schon noch erfahren. Vielleicht habt ihr es auch bis dahin erfahren. Mal schauen. Mein Hauptgegner ist diesmal aus Russland. Davon gibt es einen deutschen Song. So, da ich jetzt genau weiß, was ich tun muss, kann ich entsprechend reagieren. Ach, etwas zu spät. Aber. Ich kann trotzdem ein bisschen bestäunigen. Beleidig, 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 beleidig. Etwas zu spät. Schon wieder. Aber ich kann wenigstens noch Tempo behalten. Tempo behalten. Wir werden Tempo behalten. Etwas zu spät. Aber lauf, 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 lauf. Das darf nicht wahr sein. Nicht schon wieder Letzter. Mehr als drücken kann ich nicht. Der Beste ist immer noch mein Tennis-Mitspieler. Ich krieg's nicht hin. Na gut, gehen wir zur letzten Disziplin. Dem Judo. Wieder eine Kampfsportart. Gucken, wie das endet. Ah, endlich mal mit der Maus. Reifen. Erzielt er ein E-Porn? Sind wir Ninja-Lar? Eigentlich bin ich vorher. Ich drücke U. U. U ist schon wieder am Ende der Welt. Und dann er. Und dann er. Sozial lädt. Oh, die Steuerungen. Wer hat die Tasten ausgewählt? Ganz ehrlich. Wer von Sega hat die Tasten ausgewählt? Das tut dieses Spiel absolut niedrig machen. Ah, das ist meine Hauptkuh. Ja. Spitznarbe Wolf. Oh, oh. Deutschland. Die Newcomerin. Dann verborgen. Und dann geht's los. Aja. Aufgewert. Ich hab irgendwas Hä? Ich wurde hingeflogen? Bin auf Bergmann Warum bin ich Bergmann? Und die Anglöpfe Hat nicht geklappt Das Spiel ist auch nicht gerade sehr gut Die erste Ohne geht an mich Anscheinend sind wir Jetzt haben wir Hahn Der eine von Tennis Haben wir es? Ne, abgewehrt Kein Heap Hab dich In der Ulti Die Porn Doch, doch Die Steuerung funktioniert Ich nehm zurück Jetzt bin ich dran Verbeugen Natürlich Höflichkeit Und er ist mein Gegner Höflichkeit Höflichkeit Ne, das! Hab dich! Ippon! Zum Glück sind darunter Schaumstoffmatten. Sieg! Die letzte muss nicht mal antreten. Oder der letzte. Die Gegner können froh sein, dass darunter Schaumstoffmatten waren. Und erst, dass sie im Judo Errungenschaft halten. Das hat irgendwie richtig Spaß gemacht. Damit haben wir tatsächlich jede einzelne Disziplin einmal gemacht. Mein Fazit natürlich. Viele Spiele sind sehr schön gemacht. Allerdings manche Spiele sind fast unmöglich aufgrund ihrer grausamen Steuerung. Besonders Tischtennis und die Schwimmspiele. So, jetzt wollen wir aber noch erkunden, was es sonst so gibt. Nämlich im Thema Outfits gibt es ja jetzt alles. Und ich schätze, jetzt dürfen wir bei jedem Sache ein Outfit selbst wählen. Ah, okay. Es gibt verschiedene Outfits nun jeweils für die Klassen. Sogar mein Team kann ich hier bestimmen, wie es aussieht. Cool. Ach ja, das Outfit möchte ich gerne ändern. Ach so, das ist nur ein Simulator, was man wie so macht. Keine Ahnung. Kann ich hier mein Outfit nicht wechseln? Anscheinend geht das nur bei bestimmten Spielen. Hä? Papier ist nicht. Ich will doch nur mein Outfit ändern. Ach hier, jetzt klappt's. Komisch. So, wir haben die verschiedensten Outfits noch einige gesperrt. Gucken wir uns mal an, was es so ist. Oh man, einige sehen echt komisch aus. Wir hätten natürlich den Sonic. Wir hätten natürlich den Sonic. Den Sonic. Hier. Ich glaube, das einzig Sinnvolle, das jetzt da ist, ist natürlich mit dem Sonic. Wo kann man die eigentlich freischalten? Ach so, man kann mit den Punkten jeweils Sachen an. Sogar das mal Kotschen ist spielbar. Das einzig Sinnvolle, was wir jetzt noch machen können, ist mit dem Sonic die erste Disziplin nochmal erneut zu machen. Nicht 100 Meter, so als kleiner Abschluss. Mein Fazit zu dem Spiel. Wenn die Steuerung nicht so grausam wäre, wäre es ein gutes Spiel. Das ist meine Meinung. Beim Score von 1 bis 10 würde ich eine 5 geben. Nämlich der Rest ist komplett in Ordnung. Alles gut und schön. Aber die Steuerung, die ruiniert alles und setzt damit 5 Wertpunkte sofort hin. So, und jetzt als kleiner Abschluss das Sonic-Kostüm. Wer weiß, vielleicht kriege ich sogar die Sonic-Sammelkarte für das. Die Frage, die ich mir jetzt stelle. Wie? Wie kann ich, bitteschön, in diesem Outfit überhaupt was sehen? Und von allem laufen. Das ist komplett aus Stoff. Nicht gerade sehr Logik. Aber schöne Anspielung auf die Mario & Sonic Series. War ja zum Geburtstag eingefügt worden. Lauf, Sonic, lauf! Ich bin echt mit Sonic Letzter geworden. Mit Sonic! Der... Leonie des Schicksals. Vielleicht, was das ist doch nicht von 06. Ich habe aber eine Errungenschaft behalten namens. Sieht gut aus. Wohin ist er. Errungenschaft oder eine Errungenschaft, wenn man in einem anderen Outfit eine Disziplin macht. So beenden wir das Ganze Ja, und damit War's das schon mit dem Dreiteiligen Let's Play Von dem offiziellen Spiel Von Tokio 2020 Olympischen Spielen, die eigentlich 2021 stattfinden, aber Naja, 2020 war halt Ein sehr schlechtes Jahr Und ja, damit bedanke ich Für's Zusehen, bleibt sozial, lasst noch da Und bye Und ich merke gerade, dass ich schräg war Na toll